Bayern München scheidet im Pokal gegen einen Zweitligisten aus, Flachau springt für Kitzbühel ein, Riegler und Promegger holen sich im Bad Gastein den Sieg im Teambewerb und Dominik Thiem's Coach ist Corona-positiv. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE-AT-Sportstudio. Bayern München scheidet gestern im DFB-Cup 16. Finale überraschend aus. Der amtierende Champions-League-Sieger muss sich gegen den Zweitligisten Holstein Kiel geschlagen geben. Dabei ist für die Münchner zu Beginn alles nach Plan gelaufen. Serge Gnabry schießt bereits nach 14 Minuten das 1 zu 0. Nach dem zwischenzeitlichen 1 zu 1 sorgt Leroy Sané für die abermalige Führung in der 47. Minute. Als schon alles nach einem Sieg für den Titelverteidiger im DFB-Cup aussieht, schlagen die Kieler noch einmal zurück. In der 95. Minute sorgt Hauke Wahl für den sensationellen Ausgleich. Mit diesem Ergebnis geht es für die beiden Mannschaften ins Elfmeterschießen. Dabei verwandelt in der 105. Minute eingewechselte David Alaba seinen Elfmeter souverän. Den entscheidenden Elfmeter verschießt aber dann Marc Rocker, der am Kiel-Torhüter scheitert. Damit kassieren die Bayern erstmals seit 17 Jahren im DFB-Pokal eine Niederlage gegen eine klassentiefere Mannschaft. In der englischen Premier League besiegt gestern Manchester City im Nachtragsspiel Brighton mit 1 zu 0. Die Tottenham Hotspurs müssen sich mit Star-Trainer José Maurinho gegen Fulham mit einem 1 zu 1 zufrieden geben. Eigentlich hätten in Kitzbühel die beiden Wengen-Rennen, die wegen dem Coronavirus abgesagt worden sind, ausgetragen werden sollen. Jetzt ist aber in Jochberg, unweit von Kitzbühel, die neue, aggressivere Virusmutation aus Großbritannien festgestellt worden. Die für das kommende Wochenende geplanten Slalom-Bewerbe werden daher erneut verlegt. Der neue Austragungsort ist Flachau. Damit findet seit 2011 zum ersten Mal wieder ein Herrenrennen auf der Hermann-Meyer-Weltcup-Piste statt. Die Entscheidung ist unter anderem in Abstimmung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und der Tiroler Landesregierung gefallen. In Kitzbühel sollen nun flächendeckende Tests durchgeführt werden, um die Hahnenkamm-Rennen am darauffolgenden Wochenende zu gewährleisten. Andreas Promegger und Claudia Riegler haben gestern in Bad Gastein beim Weltcup-Teambewerb der Parallelsnowboarder gewonnen. Das österreichische Team setzt sich im Finale gegen die Deutschen Stefan Baumeister und Cheyenne Loch durch. Claudia Riegler wurde nach einem Sturz am Dienstagabend beim Parallelslalom mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Vor dem Bewerb musste die 47-Jährige noch ihre Freigabe abwarten, konnte dann aber glücklicherweise an den Start gehen. Unter diesen Umständen mit Claudia dieses Rennen zu gewinnen, macht uns beide auch ein wenig stolz, so Promegger nach dem Rennen. Es war der bereits 35. Podestplatz für Riegler und der 54. für Promegger im Weltcup. Gemeinsam haben sie nach Lackenhof 2018 ihren zweiten Sieg im Teambewerb gefeiert. Kurz vor dem Start der neuen Tennissaison gibt es schlechte Nachrichten für Dominic Thiem. Sein Trainer Nicolas Massou fällt für unbestimmte Zeit aus. Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wegen dem positiven Testergebnis darf er vorerst nicht nach Australien reisen. In der Zwischenzeit wird der Vater von Dominic Thiem den Weltranglisten Dritten und Dennis Nowak betreuen. Dominic Thiem, Thiem's Vater und Dennis Nowak sind noch gestern Vormittag nach Adelaide geflogen. Dort verbringen sie jetzt ihre Corona-Quarantäne, bevor es am 29. Jänner weiter nach Melbourne geht, wo am 8. Februar die Australian Open starten. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Donnerstag und bis morgen im KRONE-AT-Sportstudio.